so hallo neue nächste runde oh manch ich wollte blau sehen na gut dann nehmen wir halt jetzt mal rot äh hallo neue nächste runde jetzt mal nehmen wir den beschützer ich frag mich was der kann und was der hat okay der hat einen schönen schild okay er hat morgen stehen gekommen ja gut das hat der normalen schild darauf kommt hier auch wirklich alles was ich mache ich nehme mal mal an die blauen schweite müssen wir kaputt machen oder der doch ich werde mich hier einfach nicht rein ich habe doch ein schild muss doch klappen ach die blauen kreifen nicht mehr an dann gut okay moment wenn die angreifen dann verlieren wir doch wieder also die seite verliert doch dann wieder ver Oh mein Gott! Was ist von hinten? Wo sind wir hier eigentlich eine Mine? Bunker vielleicht? So, ja. So, wahrscheinlich schwere Rücken zu tragen, weil ich bin irgendwie langsam. Okay. Okay. Wir liegen im Fjorden mit ungefähr 100 Mann. Okay, 200 Mann. Okay. 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 So, wie komm ich da hoch? Hä? Oder seid ihr auch noch? Nein. Hm? Ich muss mich mehr konzentrieren und wir es irgendwie einfach einen Fass an ihm kriegen. Wow. Äh. äh... ansonsten bringt mir ja kein Schild... krass. Können wir nicht einfach hier die Tore schließen? Also geht doch. Problem genug, äh, Angreifer, äh, abgewehrt. Gah! Au! Toll! Ach! Ja, so... Ah, sieh! Ich hab' einen Kurzspirmschild stecken! Juhh! Oh, ein Redner! Ah! Ich hab' einen Kurzspirmschild stecken! Ich hab' einen Rundspirmschild stecken! Wie kann man die Grund haben, wenn man nicht versteht? Das ist ein Problem, wenn man nicht versteht! Tja, nein! Das ist das Ziel auch hier. Alles klar. Wer ist das Bindet? Halt! Nein! Ist da oben immer noch diese eine Bordenschütze. Nein! Schon lange nicht, natürlich. Achja, ich hätte auch mal rauskommen dürfen. Wenn ich doch hier eine Rauchbombe habe... Ich glaube ja nicht. Wenn ich doch hier eine Rauchbombe habe, kann ich ihn einfach einsetzen um... Ach, aber bevor wir mit dem Spielzeiten... Ich komme zur Zeit ab. Kann ich ihn nicht einsetzen um... Na, ne? Da muss ich den Pfeil zu senden. Was? 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 Das gibt es doch nicht. Was? 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 Das ist doch nie die Möglichkeit! Ich... Klick wie verrückt und es passiert einfach nichts! Und treten klappt ja auch nicht! Scheinbar! Wahnsinn! Der ist vollstar! Oof! Ist doch die Schicht hier! Warum... klappt das denn? Oh! Du hast weniger Pin schaden bitte! Danke schön! Wack! Alter! Jetzt ist doch... Wow! Ich wolle drübersteigen! Nebennicht, okay. Nach hier hoch. Ah, bitte. Easy. Ist nix. Ist niemand Mensch. Der Feind wird näher. Das ist der Feind. Ach, das ist der Feind. Ich versuche es einfach mit der P-Sicht. Mit der P-Sicht sage ich hier. Hau zu! Dankeschön, ist das meine? Mann! Ich bin nicht vermischt. Nein! Als ob, Mann! Ich hab doch geploppt! Ah, schnell! Mann! Oh! Oh! Was wäre zum Teufel war das jetzt? Nein! Wehe! Das war jemand aus meiner... äh... ...Pumpe! ... 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 Stern am Ende, was mit dir viel kleiner ist. Muss ich irgendwie noch üben? Das ist so einfach nicht so cleanstellend. Warum bin ich schon wieder Stern? Keine... Keine... Kein einziger Kill. Das macht ja wirklich keinen Spaß. Wow. Ernst? Hättest du doch einfach hier oben? Ach, Mann! Ich probier's mal so. So. Warum ist da eigentlich die Stankmacht da? Das muss ich vielleicht umstellen. So. Mensch. Ach, was bin ich da? Du, Lama-Lama-Moden-Stern, ne? Du, Lama-Lama-Moden-Stern, ne? Du, Lama-Lama-Moden-Stern, ne? K�i! 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 Ha? Wer who? Und, was da jetzt? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Neeehh... Das ist doch... Komm, kann man da nicht soh? Ah, hier geht's. oh das ist doch okay wenn man blockt, kann man wohl nicht drehen oder was? danke ich weiß ich Bescheid Entschuldigung, das ist gerade alles ein bisschen lustig, es funktioniert einfach nicht so wie Scatter ja Blut, endlich ich bin sicher ich werde hier gut sein Sieg, und ich habe nichts gemacht, das ist ja total super ein Kill am Ende des Matches wow wow Applaus für mich ja ja, das ist jetzt nicht so toll gewesen, aber hey nächste Runde klappt auf jeden Fall besser hoffentlich, also dann ciao ciao ciao